ARD Text im Auftrag von Funk Wir können nicht zulassen, dass unsere Welt langweilig weiß gemacht wird! Wie wäre es mit einer weißen Flagge? Alles klar! Hebt eure Hand, wenn ihr zusammenarbeiten wollt! Also... Pasta! Ende dieses Jahres! Deutschland, bitte hilf mir! Zum ersten Mal in deutscher Fassung! Freut euch auf ein neues, pastareiches Abenteuer! Hetalia Axis Powers, painted white! Niemand hat nach meiner Meinung gefragt! Wer bist du? Ich bin Kanada! Jangan lupa! Nee! Jangan lupa! Lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Vielen Dank.